Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie einfach der echte Atom-Max Brawl Stars in meinen Livestream gekommen ist und ich mit ihm Runden gespielt habe. Bleibt bis zum Ende dran. Viel Spaß mit dem Video. Anruf beantworten. Nein! Das war eine gute Gadget. Das war ein guter Gadget. Das war ein guter Gadget. Okay, das war ein guter Gadget. Du, du, du am Anfang einfach nichts machen und das erste, was du machst, ist Gadget platzieren. Cool, du. Hihi! Hallo. Atom-Max Brawl Stars. Oh mein Gott, ey, ist das gerade wirklich der echte, Alter? Oh mein Gott, falls es Atom-Max ist, kann man mitmachen. Ja, kann man. Digga, ich habe das Gefühl irgendwie gerade, das ist der echte Atom-Max, weil das gleiche Profil wird alles gleich. Oh mein Gott. Mein höchstwahrscheinlich ist es nicht der echte, man muss jetzt erstmal bei seinem YouTube-Kanal gucken. Ja. Mein höchstwahrscheinlich ist es nicht der echte, weil, wieso sollte der hier mal so kommen? Vielleicht schaut er ja auch bei kleineren YouTubern so weit. Aber, das ist eine Chance von, keine Ahnung. Oh mein Gott, ja, das... Nein, 550, Digga, ich habe den unter 550. Und dann, Leute, habe ich bei Atom-Max seine Instagram-Story das gesehen. Man kann mitmachen. Er hat ein richtiges Gefühl. Oh, sie kommen mir auf die Schliche. Uiuiui. Er hat mich gekorbt. John BXC hat mich einfach gekorbt, Ladies. GG. Wie gesagt, jeder kann machen, was er will, aber Ehren. Also, es heißt auf gut Deutsch, ich kann nicht mitspielen. Das ist halt... Oder man kann gar nicht mitspielen. Sehr, sehr gut an der Stelle. Schau da. Er hat es gecheckt. Vielleicht kann ich ja jetzt mitspielen. Und so schafft man es in die Lobby rein. Es hat geklappt. Ich darf mitspielen beim Jordan. Kuss. Danach hat mich Atom-Max gefragt, ob er meine Lobby kann. Ich habe natürlich ja gesagt. Und das war einfach der echte, Leute. Eine Runde mit... Guck, Atom-Bürger. Ach du Scheiße, das ist wirklich der echte. Das ist der echte Sonne. Das ist der echte. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Das ist doch nicht wahr. Das ist wirklich der echte. Ach du Scheiße, Digga. Bist du jetzt mit dem in der Lobby? Ja. Ja. Der ist gerade reingekommen. Ich glaube, er ist gerade nicht live. Nein, er ist nicht live. Ich komme wieder unten. Oh mein Gott, der macht bereit. Warte, ich bin mein Bruder. Digga, ich mache doch auf jeden Fall ein Video, Alter. Ach du Scheiße. Ich habe doch so gemerkt, dass es der echte ist. Ich schaue euch einfach zu. Okay. Digga, ich habe jetzt Angst, dass wir Minus machen, weil der macht richtig viel Minus dann. Das Ding ist, Atomax spielt auf dem PC. Das ist noch krasser. No. Das ist einfach Walkout. Oh. Ja. Alter. Alter. Oh mein Gott. Alter. Ey, Junge. Das Ding ist, ich glaube, der will nur eine Runde aber spielen. Aber Digga, das ist echt krass, Digga. Ein YouTuber mit 50.000 Abonnenten kommt in meinen Stream rein. Das ist mir das erste Mal passiert. Und wenn er einen Stream gemacht hat, erzählst du dir jetzt so viele Abos schon wieder. Digga, wie hat er meinen Stream gefunden, ist die Frage. Was? Bei mir manchmal werden deine Streams mehr bei YouTube gezahlt, wenn ich bei Videos und so gucke. Aber wird eigentlich Atomax auf Handy wechseln oder so? Keine Ahnung, aber der spielt auf PC. Das ist auch schon krass, dass er schon so viele auf 25 hat mit PC. Wenn Atomax uns gerade hört, du kannst auch gerne Wirbung für unseren Discord-Zirmer machen. Ey, Digga, Hexagon. Wenn jetzt, schau mal kurz, wenn Atomax ja jetzt wirklich mal so unsere Stimmen hören würde, was ich jetzt nicht glaube. So, wenn er wirklich unsere Stimmen hört. Oh shit, Alex. Alex, der Bär, okay, der Bär hat die. Und weil, der Bär hat mich versagt nur, Ehre geht raus am Atomax, weil, hä? Atomax, komm, mach, ho. Ja, nice. Sehr gut. Wir haben sogar noch gewonnen. Ja, nice. Warte, warte, ich höre einen in der FA und schicke Atomax eine Franchise-Frage. Ich sag mal, Warte, Atomax kannst du noch eine Franchise-Frage? Da schreibt, oh mein Gott. Was, oh mein Gott. Und Leute, danach haben wir Minus gemacht. Keine Ahnung, aber das kann, kann er mal probieren. Ja. Walk out Brasilien. Jetzt ist es so weit. England, das Land. Oh mein Gott. Hä? Als ob ich nicht weggestoßen wurde. Ich stand doch in dem Ding drin. Let's go. Pam ist zu fett. Ja. Wenn der Typ jetzt noch mal kaputt geht, dann bin ich glücklich. Viel Spaß euch noch, Walk out. Alles Lager. Ich sag dir, ich find das so mies. Dieser, dieser, dieser Riesenbord hier, der zählt euch Gefühle. Der zählt einfach nur Familienprobleme, deswegen zerstört da eine ganze Stadt. Ich soll mit ihm reden. Ich sag dir mal, 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 ich sag dir mal. Ja? Soll ich auf mal Zeitaccount gehen? Nee, du kannst bleiben. Du kannst auf deinen hunderttausendsten Account, LidlSass. Atomax war in deinem Stream Ehre von ihm. Ja, auf jeden Fall richtig nice, Alter. Wieso Ehre? Sehr viel Ehre. Ich werde dazu auf jeden Fall ein Video hochladen. Atomax schreibt sogar GG. Road to 20 Likes Attacke. Alles. Oh mein Gott, Digga. Atomax. Atomax. Und Leute, das war es auch mit dem Video. Auch ein Riesen Dank an Atomax, dass er in mein Likes mehr reingekommen ist. Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ihr alle das gerne leitet und ein Abo, da würde mich auch sehr freuen. Und ciao.